Schaut man sich die Situation bei den Aktienmärkten aktuell an, dann sehen wir ein sehr zerrissenes Bild, denn Dow Jones, S&P, Nasdaq und auch der DAX sind auf sehr unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Fangen wir mal mit dem amerikanischen Markt an, hier der Dow Jones Future in dem Fall. Und wenn wir uns hier das mal anschauen, im zum Beispiel 5-Minuten-Chart gehen, wo ich eine Strecke kleiner, dann sehen wir ja immerhin, dass der Kurs hier so halbwegs nach oben geht. So richtig überzeugend sieht das noch nicht aus, aber zumindest mal noch nicht wirklich im Dramamodus. Solange das letzte Tief hier nicht durchstoßen wird, ist eigentlich die Welt einigermaßen in Ordnung. Wie komme ich da drauf? Naja, wenn wir sowas sehen, dann sehe ich schon noch eine gewisse Restgefahr, dass der Kurs irgendwo hier oben die Lust nach oben verliert, dann nach unten wegbricht und dann ist natürlich genau diese Tiefmarke, die ich angesprochen habe, eine interessante Marke, die dann für die Fortsetzung nach unten spricht. Klar, die Abwärtsbewegung ist nicht super dynamisch, dafür sprechen diese vielen kleinen internen Gegenbewegungen, aber sie ist dann, wenn der Kurs hier bricht, natürlich deutlicher als die Aufwärtsbewegung. Und dann sind wir ruckzuck in einem Szenario, das dann eben tatsächlich einen Schub runter, A, B, C hoch und nochmal einen Schub runter eben versprechen lässt. Dafür ist also diese Marke ein gewisser Lackenmostest. Und wer sie nicht lesen kann, die liegt bei ungefähr 35.112 circa, wohlgemerkt beim Dow Jones Future. Also wer auf anderen Titeln unterwegs ist, der muss das gegebenenfalls ein klein bisschen anpassen. Aktuell muss man aber sagen, auch so hier den letzten Move nach oben, der ist ja noch einigermaßen gut, einigermaßen stark und hat dementsprechend durchaus Chancen, sich noch ein bisschen weiter fortzusetzen, vielleicht sogar auch über dieses Niveau hier hinaus. Denn, wie gesagt, noch ist das die stärkere Richtung. Die Frage bleibt allerdings, ob der Kurs sich wirklich darüber massiv hinaus fortsetzen kann oder ob er dann nicht tatsächlich in eine Ermüdung kommt. Also hier in diesem Umfeld nochmal drauf gucken. Das ist ungefähr bei 35.340. Also in der Ecke, in dieser Größenordnung hier. Im Zweifelsfall zeichnet selber für euch mal in euren Chart einen Trendkanal an. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass der Kurs hier an der Stelle drehen muss, aber es ist zumindest mal ein Hinweis, irgendwas ist hier im Busche und böte damit die Chance, dass der Kurs dann hier erstmal dreht. Immerhin, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat ja auch mit diesem Tief schon mal diese Zwischenhochs hier gerissen und das ist meistens kein gutes Zeichen. Der S&P 500 ist da sehr, sehr ähnlich unterwegs. Also auch hier diese gleiche Richtung. Gefährliches Zwischentief wäre das bei 4.430 in etwa hier von heute früher Nachmittag. Also noch nicht so arg lange her. Das wäre zumindest mal ein Indiz, wenn diese Marke nach unten durchstoßen wäre oder würde, dass wohl doch nochmal die Abwärtsseite eher kommt. Auch hier gilt, dass dieses hier, dieses Tief blöderweise, ich mag sowas gar nicht gerne, hier die Zwischenhochs durchstoßen hat. Und das ist eher ein Zeichen für nach oben, nicht mehr so toll. Genau in das gleiche Horn, wenn auch mit ganz anderem Hintergrund, ihr seht, dass die Story hier eine ganz andere ist beim Nasdaq, ist im Moment die Bewegung, die wir hier am 5-Minuten-Chart haben. Denn hier sehen wir, dass es eigentlich gar keine Chance großartig gibt für nach oben. Naja, keine Chance ist immer relativ. Aber hier vorne schon dauernd Überschneidung. Hier eine Nummer größer. Dieser Rücksetzer, dieser Rücksetzer, dieser Rücksetzer jetzt hier schon wieder. Also im Großen wie im Kleinen, der hat einfach keinen Bock nach oben. So sieht das aus, wenn der Markt es nicht will. Wenn die Marktteilnehmer quasi verweigern, jetzt hier massiv einzusteigen. Es ist hier eigentlich eine Befehlsverweigerung, hätte ich fast gesagt. Aber eine Verweigerung, in den Kaufmarkt reinzugehen. Offensichtlich hat man beim neuen Markt, hätte ich fast gesagt beim Nasdaq, nicht die Lust hier bei den Tech-Titeln richtig damit einzusteigen. Dieser Verlauf spricht deutliche Sprache dagegen. Das ist anders als beim Dow Jones. Dort habe ich ja eben schon gesagt, wenn der Kurs darüber hinausgeht, ja, dann kann es durchaus hier ins positive Bild gewechselt sein. Einfach in dem Sinne. Zack, dann haben wir das und dann dieses hier. Das ist beim Nasdaq aufgrund der Geschichte dieses Verlaufs eben nicht so. So, dann gucken wir nochmal auf den Dow Jones. Hätte ich fast gesagt, auf den Dow Jones von Deutschland, nämlich den DAX. Und da ist es ebenfalls nicht wirklich so schick, wenn wir es angucken. Hier der Future-Markt. Dann sehen wir, der Teil, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist so ein klassisches ABC-Korrektivmuster. Wenn er jetzt hier nach oben gegangen wäre, mit einem richtig schönen Schub, vielleicht mal ein bisschen runter wackeln und dann so andeutungsweite weiter, hätte ich gesagt, geil, der kann nochmal, der will noch weiter. Aber jetzt guckt euch das an, was die Marktteilnehmer hier gemacht haben. Hier runter, hier runter. Gut, sie erholen sich da wieder. Das ist maximal doof. Und da ist jetzt diese Marke hier von heute Vormittag bei ungefähr 15.861, so ganz grob, oder paar und 60 hier, ein wichtiger Test, der sogar, auch wenn es danach nochmal dreiwellig runtergeht, das Bild nicht ganz unrealistisch werden lassen. Also sprich, dass diese Korrektur noch nicht fertig ist, sondern dass wir da vielleicht noch irgendwie in dieser Richtung unterwegs sind. Denn so sieht es nicht aus, wenn Leute Bock haben zu kaufen und sagen, mir völlig wurscht, was ihr denkt. Ich kaufe einfach. Günstiger als heute kriege ich es lange Zeit nicht mehr. Das ist nicht das typische Verhalten, was Marktteilnehmer dabei an den Tag legen. Ganz ausschließend kann man das natürlich nicht. Achtet vielleicht auf die Oberseite des Trendkanals. Nicht alleine der Bruch. Denn, dass wir hier neue Hochs, neue Hochs bekommen, das ist durchaus nachvollziehbar. Einige achten auf sowas wie einen Trendkanal. Ich bin da gar nicht so der ganz große Freund davon. Aber man kann ebenfalls hier so mal das Auge draufwerfen, ob das vielleicht eine gewisse Bedeutung hier hat. Wenn der Kurs hier dreht, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, da einen Blick drauf zu werfen. Soweit die Indizes für heute. Damit will ich es in diesem Moment zumindest mal erstmal belassen. Euch erstmal alles Gute. Toi, toi, toi bei eurer Umsetzung. Guckt mal, was ihr aus dieser Geschichte machen könnt. Die Marktteilnehmer sind sich nicht einig. Lasst euch also nicht beduckern und voreilig aufs Glatteis führen. Denn der Markt ist so in der Findungsphase im Moment. Da muss man nicht selber unbedingt glauben, ich weiß schon, was passiert. Ich gehe mal voran. Es sei denn, man hat ein sehr dickes Portemonnaie und vor allen Dingen auch ein sehr großes Herz.